Musik Professionelle Zahnmedizin und plastische Chirurgie unter einem Dach. Das bietet die Empire Clinic in Mojan-Modjarova. Schon beim Betreten wird der Unterschied zu anderen Zahn- und Beauty-Kliniken deutlich. Hier fühlen sich die Patienten wohl, sie werden umsorgt und verwöhnt. Die Leute bei uns fühlen sich nicht wie ein Krankenhaus, sondern sie haben das Gefühl, sie wohnen, also sie machen Urlaub in einem Hotel. Da muss ich noch sagen dazu, von Qualität her, wir bieten an die Besten und dazu, wir haben relativ gültige Präse. Die Zahnklinik ist modernst ausgestattet, also auf dem ganz aktuellen, modernen Stand der Technik. Ich würde sagen, zum Teil sogar besser ausgestattet als manche Zahnärzte in Österreich. Das Personal ist zuvorkommen, spricht ausgezeichnet Deutsch. Also ich würde sagen, kein Unterschied zu einem Zahnarzt in Österreich festzustellen, außer der Preis. Angeboten wird alles, von der Kieferorthopädie bis zu Zahnimplantaten. Auch in puncto Schönheitschirurgie lässt die Empire Clinic keine Wünsche offen. Top-Ärzte und Patienten, die aus ganz Europa anreisen, bestätigen die hervorragende Arbeit der plastischen Chirurgen. Ich bin seit 16 Jahren plastischer Chirurg und meine größte Freundin ist es, wenn ich das Glück und die Zufriedenheit meiner Patienten sehe, wenn sie unsere Klinik verlassen. Auf Wunsch werden die Patienten auch gratis von zu Hause abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Der Patient ist König. Die Empire Clinic in Mojon Modjorova, das neueste schönheitschirurgische und zahnmedizinische Zentrum in Ungarn. của Untertitelung des ZDF, 2020